Ich fahre doch echt immer nur auf trocken. Das Regen ist so unberechenbar teilweise. Also wenn er so Bedingungen hat wie jetzt, dann ist es gut zu fahren. Wirklich. Dann weißt du, es ist überall nass. Der feuchte Film, der immer so drauf ist, dieser schmierige, wenn er angefangen hat zu regnen, der ist weg. Kannst du gar nicht mal sehen, die Kolonne über den Ring. Dann gehen wir mal, dann gehen wir mal auf. Butler nach Merlin. Vielleicht ist das Stück schön einmal sehen. Aber hier ist kaum eigentlich. Dann gehen wir mal mit dem Ring. Und dann gehen wir mal auf, Und dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal. Und dann gehen wir mal an. Jungs das Lager v some gar nicht! Dann gehen wir. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020